Der Milchviehwirt Peter aus Österreich sucht in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau international nach der großen Liebe und muss dabei so manch schwierige Entscheidung treffen. Zunächst lud er vier Frauen auf seinen Hof ein, mit nur zwei Kandidatinnen jedoch verbringte er eine ganze Woche, Alisa und Stefanie. Zwei AnwärterInnen schickte er demnach bereits nach Hause. Für Aufsehen sorgte unter anderem eine Szene, in der der Bauer in T-Shirt und Unterhose bekleidet zu Alisa ins Bett kroch, durchweg begeistert von ihm sind aber beide Frauen offenbar nicht. Dies wird nun in einem Clip deutlich, den RTL auf seiner Homepage veröffentlichte, der Moment war regulär in der Kuppelshow nicht zu sehen. Bauer sucht Frau, Peter Patzt in der Küche Der 33-Jährige möchte in der Küche Eier für das Trio zubereiten. Wir hauen uns dir in die Pfanne. Geht schnell und Proteine, lautet seine knackige Begründung, die darauf hindeutet, dass es ihm nicht unbedingt um den Genuss geht. Schnell wird klar, in der Küche ist der Landwirt absolut kein Profi. Peter hat die Pfanne viel zu heiß gemacht und dann ist das Eiweiß gleich weggebrutzelt, erzählt Stefanie ein wenig ungläubig. Ihr hartes Fazit lautet Ja, es sah aus, als ob er das erste Mal ein Ei in der Pfanne zubereitet hat. Am Essensdisch wird es nicht unbedingt besser, denn hier fällt Peter mit fehlenden Manieren auf. Er schaufelt eine riesige Portion in sich hinein und hantiert mit seiner Gabel derart grob, als wäre sie eine Mistgabel. Die Kartoffelschalen legt er ohne Untersatz auf dem Tisch ab. Das macht man doch so, oder? Fragt er verunsichert in die Runde. Stefanie entgegnet, wenn man ein Bauer ist, ist man so wie du. Alisa schlägt später im RTL-Interview ganz ähnliche Töne an und meint, einmal Bauer, immer Bauer. Immerhin scheint sie Peters Gewohnheiten zumindest tolerieren zu können. Die beiden Frauen hätten schließlich gewusst, worauf sie sich, potenziell, einlassen. Trotz des kleinen Abturners hofft Stefanie weiterhin, dass der Landwirt sich für sie entscheidet und sie die Chance bekommt, ihn besser kennenzulernen. Alisa verhält sich am Tisch eher ruhig und gesteht, dass die momentane Dreierkonstellation gar nicht Edding ist. Sie wäre lieber mit Peter allein, doch damit es dazu kommt, wird sie wohl in die Offensive gehen müssen.